Köln 50667 überraschte die Fans vor wenigen Wochen mit einem großen Umbruch. Viele langjährige Stars mussten die beliebte Serie verlassen und wurden durch neue ausgetauscht. Der Grund? Der Sender wollte Köln 50667 einen neuen Anstrich verpassen. Matze Höhn, der bis 2019 für die Serie vor der Kamera stand, äußert sich im Interview mit Promiflash nun zum Neustart. Er hat eine klare Meinung. Ich glaube, von Köln 50667 war das auch ein Fehler. Ich hätte das nicht so gemacht. Wenn man das Gefühl hat, dass die Sendung den Bach heruntergeht, dann sollte man vielleicht auch irgendwann mal sagen, okay, hier geht es nicht mehr weiter. Dass die Serie auf Krampf fortgesetzt wird, schmecke Matze gar nicht. Er ist der Meinung, dass ein Absetzen der Serie sinnvoller gewesen wäre. Ich glaube, dass Köln auserzählt ist und dass das jetzt einfach irgendwann mal vorbei sein muss, so Matze Höhn. Ob er damit Recht hat? Die Quotenkrise, in der Köln 50667 nach dem Neustart steckt, spricht zumindest dafür. Zum Beispiel, das ist das gleiche wie in der Köln 50667. Und ich hoffe, dass die Sendung von Köln 50667 ist nicht mehr oder in der Köln 50667. Also, wir müssen Sie sagen, wie in der Köln 50667 die Sendung einmal. Aber hier sind die Sendung vor der Köln 50667. Aber hier sind die Sendung. Und da sind die Sendung